Tadaa, da sind wir auch schon wieder Oh, nirgends Da sind wir dabei Das ist die Maa Die Maa Die Maa Haa Wo sind wir? Ja Geht weg ihr Schweine Wir wissen wo dein Auto steht Und wo? Hier auch Sollen alle kaputt gehen Ich habe jetzt erstmal diese komischen Traumbilder weg Bei die Mongos Das ist Haji So, Moment Wo müssen wir hin? Da kommen noch mehr Ach, verdammt Hm? Den hätten wir Was machen Sachen? Was machen Sachen? Ja Der muss ja dicke Der ist wohl weggegangen Als wir den Typen getötet haben Oder so Ich weiß nicht Ich glaube der ist jetzt weg, du Haa, okay Und da ist Gar nichts Aber davon fiel Haha, Larsi ist lustig Larsi ist lustig Du musst aber jetzt Larsi 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 lustig Was muss ich für den Knopfdrücker? Voll nix interessantes Oh, ich schätze Ich muss den da runterrollen Das sieht aus wie so ein Kopf Ja Oh, ich schätze Ich sehe gar nichts Oh Gott, so gut Ah, ah, ah Ich bin fast getötet Ich habe gar nichts gesehen Da ist Essen Wo muss der denn hin? Wir sind runter Ja Wir gehen mal eben da lang erst Da muss der hin Hm Gib mal auf Knopf So, jetzt müssen wir oben das wegschieben Damit wir den Ball weiter runterrollen gehen können Mit jahrelangen treuen dienste Darf Clumshanks ab sofort Meinem Conquertron dienen Und wird hiermit Zum Einölassistenten Ich schaff das Nein Viel Glück Clumshanks Aha Yeah Heee Heeeh 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 Nochmal rauf Warum? Weil wir das wieder runter geht Ach so weit Ach so, ja Ich mach schon Ich mach schon Oh der ist tot Das Essen wieder, ne? Ja Ja Sie kommt schnell mit Ich bin tot Ich bin zu heiß, ich bin eingesperrt Das hört mich dann voll auf Hehe Einer ist tot Halleluja Du willst auch noch alle tot gehen Jaaaaa Yeeee Ach, nö. Der, der Goldene ist kackig. Aua. Ich bin tot. Eingesperrt gewesen, in der Ecke. Na toll! Hasi! Ich bin gleich wieder tot! Ich auch! Geh weg! Dauerfeuer! Ich treffe ihn gar nicht! Ich kann mich nicht drehen! Sehr geil! Alter! Jetzt habe ich ihn von hinten! Ja, wir leben noch! Gar noch so! Ein Wunder ist geschenkt! Was ist denn da? Gar nix! Was ist denn, wenn ich da raufgehe? Kannst du da durch? Achtung, meine Deutschherrigen! Morgen beginnen hier unsere Weltherrschaft! Hier! Ja, da rauf durch! Nein! Dann komm ich noch! Oder, warte doch, wenn ich jetzt... Das bringt mir ja nicht, ich kann jetzt gleich noch gehen! Ja, das ist echt so! Ah, ich kann hier was runterschieben dann! Du musst mitkommen mal eben! Sonst schreib ich das nicht! Wenn du... Und... Und... Zeit da rüber! Was soll ich jetzt machen? So lassen! Das geht doch doch mal weg! Nicht auf dem Knopf stehen! Oho! Jetzt nochmal auf dem Knopf! Er ist weg vom Knopf! Okay! Oh, ich kann hier jetzt verschieben! Können wir auf einer Seite noch was machen? Guck mal, er ist verschieben? Ja, können wir! Können wir das drehen? Ja, können wir! Also das war ja leicht! Aber wie ist das mit dem anderen Rätsel? Das verstehe ich nicht! Ich konnte da gar nichts runterschieben! Au! Ja! Ah! Da ist gar kein Pfeil dran! Ich kann es trotzdem versuchen zu schieben! Au! Ja, geh auf dem Knopf! Gut gemacht! Du darfst jetzt den großen Imperialen Palast durch! Doch ich muss dich warnen! Wer bis hier hinein ging, kam nie mehr heraus! Es wird wohl das beste sein, wenn ich dich zu deinem Schiff zurückschicke, damit du dich auf einen langen Aufenthalt vorbereiten kannst! Ich rufe dich zurück, wenn du bereit bist! Was hat er gesagt?! Geh in den Palast! Check! Alle Kräfte gefunden? Nö! Hm! Captain Flint's Schiff. Wir sind auf Captain Schiff. Wir sind auf Captain Schiff. Yeah. Wie der Heifisch um mich rumtanzt. So, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder zu Skylander Giants. Bis dann und tschüss. Tschüss.